Hallo beim Minecraft Let's Play, wir sind hier stehen geblieben bei dem blöden Ding am Bett. Ähm, ja. Okay, ähm, wir machen hier weiter. Ein schönes Bett muss sein. Ähm, ich habe jetzt lange kein Let's Play mehr gemacht. Und das tut mir leid. Ja, das tut mir leid. So. Da haben wir dann noch einen Nachttisch hin. Ähm, ein Nachttisch. Ähm, oder? Hm, muss ich jetzt überlegen. Wo könnten wir den Nachttisch platzieren? Hm. Okay, habt ihr eine Idee, wo ich den Nachttisch platzieren könnte? Ich habe keine. Oh, ich habe viele Rolled-Pock-Jobs, das freut doch. Check-out-Laterne, aha. Na gut, ähm, ich werde es einfach mal hier, zack. Und dann das Bett. Na, okay. Alles klar. Probieren wir es gleich mal. Äh. Na, scheint wohl nicht am Tag zu gehen. Äh, oder am Tag, oder am Nacht. Äh, ja. Okay, ähm. Gut, das sieht jetzt noch ein bisschen unspektakulär aus, aber... Ah, da habe ich jetzt noch eine Idee, was wir noch machen können. Hm. Jupp. So. Das wird jetzt aber ein bisschen größere Arbeit. Und so, nehmen wir das nochmal raus hier. Dafür müssen wir den Raum noch eine Stelle größer machen. So werde ich den Raum ein bisschen schöner. Ich meine, ein Bett in einem Steinhaus ist ja nicht gerade schön. Oder irgendwo drunter. Es soll ja schon ein bisschen schön aussehen. Deswegen werde ich jetzt hier gleich weitermachen. So ist das Ganze schön. Und ich glaube, letzte Folge war das. Das tut mir echt leid, wo ich da ein bisschen Ton rausschneiden musste. Aber ich wurde etwas gestresst, sagen wir mal, ne. Ähm, ja. Jetzt bin ich halt wieder zurück in all der Frische. Und ich werde jetzt erstmal ein schönes, längeres LP machen. Jetzt ist schon wieder die Acke ausgegangen. Die Acke, ne. So. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, immer dasselbe zu machen. Das ist doch etwas langweilig. Und ich habe auch wirklich gar keine Lust auf jetzt wieder dasselbe Leier runtergraben. Portale machen, was weiß ich. Ich werde jetzt einfach, ähm, ich überlege noch, was ich für Projekte mache. Ihr könnt ja auch in den Kommentaren schreiben, was ihr wollt. Aber ich denke mal, es wird jetzt nicht so arg viele Let's Plays geben, solange ich mir noch nicht sicher bin, was ich jetzt für ein Projekt mache. Im Moment bin ich jetzt nämlich auf meinem Bettzimmer fixiert. Und werde mich mal ein bisschen ausrüsten und sowas. Oder es zumindest versuchen. Aber dann muss da auch mal was anderes kommen. Hm, wie ist das da ein Loch? Woher kommt das Loch? Naja. Stopfen wir das Ganze mal. Und weiter. Hoffen wir haben wir genug, ähm, Holz, um das Ganze hier auszufüllen. Ah, verdammt. Na dann. Ja, ähm, das Ganze sieht doch schon nicht schlecht aus. Jetzt noch die Seitenränder. So sehen wir nur schon, dass das Ganze nicht im Brand gerät. Ah ja, okay. Und wie es irgendwann da passieren muss, ist uns das Holz ausgegangen. Wir haben natürlich nicht mehr da... Hm. Sondern schon am Untergehen. Bitte, danke schön. Ja, hätte ich mir echt gleich denken können, dass hier überall Creeper sind. Jetzt bin ich hier. Hm, unsere verpackte Flamme. Naja. Wie jetzt? Ach, die Sonne geht gerade auf. Ach so. Ja, das ist natürlich auch wieder praktisch. Wow, schaut euch mal die schönen grünen Felder an. So, schön da ist ein... Was ist das denn? Ach, nur eine Kuh. Ähm, ich habe jetzt den Patch 1.4. Und... Ja, ich bin schon ziemlich gespannt auf die neuen Dinge. Ich habe bis jetzt noch nichts Neues gesehen. Oder vielleicht habe ich es einfach nur noch nicht bemerkt. Aber trotzdem bin ich schon sehr gespannt, weil es ja irgendwie Hunde oder sowas geben, die mal mit den Knochen oder so. Keine Ahnung. Bin trotzdem sehr gespannt, was es da so gibt dann. Aber jetzt muss ich dann erstmal... Es freut mich doch sehr, dass jetzt da die Sonne aufgeht. Ich dachte, das Original, dass die Sonne schon untergeht. Was mich dann doch sehr gestört hätte. Ah, eine kleine Höhle. Mit etwas Ding, die jetzt können wir hier gebrauchen. Nehmen wir doch uns doch gleich. Ja, ja, das ist schön. Ich nehme mal die anderen Dinge rein hier. Und hier ist es in die Hand. Da freue ich mich doch, wenn es ein bisschen Kohle hier regnet. Dann können wir auch immer wieder Sachen machen oder Sachen einschmelzen. Beziehungsweise, ja. Dann lasse ich mal hier stehen. Jupp. Ist doch schon mal prima hier. Ah, sehr schön. Warte mal. Och, komm. Ich habe original das Ganze mit einem Schwert gemacht, ich volltrottel. Naja, gut. Obwohl, nicht gut. Die Kuh hat gerade gemuht, als sie schon tot war. Das macht mir Angst. Tote Kühe muhen mich an. Was kommt als nächstes? Ich will es gar nicht wissen. Na gut. Da hinten ist ein Creeper. Ich frage mich, wie der da hinkommt. Ich meine... Ich spawin' ja nur Nacht. Heißt, dass da irgendwo mein Haus sein muss. Nix. Ja, und genau jetzt ist natürlich der Baum gewachsen. Das freut mich natürlich sehr. Da ist ein graues Schaf. Ein bisschen schöne Sachen hier. Und dann machen wir natürlich gleich neue Bäume. Na? Genau hier ein und hier noch ein. Und das war's auch schon wieder, ja. So, jetzt geh' ich erstmal hier rein. Obwohl, ich war erstmal das Ganze hier oben. Ist das nicht schön? In einer schönen, friedlichen Welt zu leben. Ach ja. Lass mal hier wieder das ganze Zimmer vollmachen mit Sachen. Okay. Dann werde ich jetzt noch diese Sachen hier... Na. Wir holen keine doch. So. Die Fackel mal kurz abnehmen. Okay. Dann platzieren wir mal das ganze Holz wieder. Oder platzieren wir das ganze Eisholz wieder, eher gesagt. So. Dann fackeln wir wieder hin. Und zwar... Weiß ich jetzt immer noch nicht, was wir da hinten hin tun könnten. Idee. Wer ist damit? Mal sehen. Hm. Also ich meine, das sieht doch nicht schlecht aus. Dann lassen wir das erstmal so. Ja. Ist doch keine schlechte Idee, so. Okay. Dann tun wir mal die Kohle da rein. Tun wir alles einlagern. Leder rein. Ah, Leder können wir uns jetzt nicht was Schönes machen. Da mache ich mir einen Raw Pork Chop. Schön, 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 schön. Na komm. So, wir haben jetzt nicht noch eine Kohle verbrät. Na hopp. Alles klar. Wir backen uns ein paar schöne Steaks. Weil wir auch nichts Besseres zu tun haben. So. Noch eins. Komm. Mal sehen, wie da viel rausgehen. Vielleicht schaffen wir es sogar alle. Na, wohl eher nicht. Ja, lass mich mal überraschen. Ja, ja. Schöne Sache hier. Ich glaube, eins geht noch durch. Nein. Leider nicht. Na gut. Tun wir das mal wieder rein. Essen ein schönes Steak. Hm, darauf hätte ich jetzt echt Lust. Schönes, leckeres Steak. Ja. Okay. Und dann geht es hier weiter. So, was ist mein nächstes? Ich denke, ich weiß schon, was ich als nächstes mache. So. Ja. Hier mache ich so ein bisschen. Das mache ich jetzt ein bisschen schöner. Obwohl, da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Und eins tiefer. Genau. So, dann lasse ich das erst mal so. Und was brauche ich jetzt eigentlich? Also ich brauche jetzt noch Eisen. Und dafür müssen wir jetzt erst mal schauen. Es ist ja jetzt noch Tag. Genau, es ist noch Tag. Das ist ja schön. Da schaue ich jetzt mal hier wegen Eisen nach. Ein Schwein. Oh, noch besser. Kohle. Ja, im Moment ist Kohle noch sehr wichtig für uns. Weil wir sonst auch nichts haben. Die Kohle erst mal abbauen hier. So. Ja, da haben wir ja ganz schön viel Kohle gefunden. Scharfe Kohle und so weiter. Nein, falsch. So. Ne, hier ist nichts mehr. Gut. So, jetzt. Ich brauche jetzt einfach mal Eisen. Das ist... Ja. Oder? Das ist doch Eisen. Ja. Wie jetzt nur eins. Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Ach, grandios. Nur ein Eisen. Naja, gut. Ich komme mal klar hier. Ist das? Ich darf mir gerade... Hier schon wieder oben so eine unkomologische Bildung. Was soll das jetzt für ein Fell? So. Zack. Können wir das hier alles in Ruhe abbauen? Gut, dass ich jetzt gerade kein Leben abgezogen kriegt habe. Ja. Nein. Vielleicht. So, noch schnell den Baum abholzen. So. Den auch noch, wenn wir schon dabei sind, wa? Holz, 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 Holz. Ich kann mir irgendwie schon wirklich vorstellen, dass ich einer der langweiligsten Let's Player bin, die es gibt. Aber so viel...